Fahrzeug kollidiert mit Scooter? Hyper, Hyper. Ja, der gehört mir, glaube ich. Ja, ich bin der Erste. Mieser. Nö, dann lass ich ihn dir, bitte, dann nimm ihn mit. Lass ihn von der Trage fallen so. Ja, einfach so, da hättest du schon drauf, also, ich lass ihn doch liegen, weil ich mache jetzt Feierabend, mein Kollege übernimmt das, der will ja immer MVP werden. Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Hast du Bock auf eine? Mhm. Machen wir gleich die 23er da, bevor die abläuft. Mhm. Da war Schuhladen. Schön. Fünf Einsätze. Fokus auf Rettung. Fahrzeug kollidiert mit Scooter. Hyper, Hyper. Ich find's geil, wie das schon alles funktioniert so ohne Absprache bei uns. Ja. Ne, mal gucken wir mal, ob's funktioniert. Ne, muss man sagen, noch ist, äh, noch schicken wir gerade einmal nur Leute. Ich bin einfach re Legends CV. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt hierher. Ich bin unterwegs. D nimelt dir? Jetzt, ich bin jetzt hierher. Okay, polizei aber doppelt. Das ist noch ein Notarzt, da ist ein Flugzeugabsturz im Stadtpark, wo ist das Flugzeug hin? Da gab es bei Emergency 2 diesen geilen, die geile Mission mit dem Flugzeug. Weißt du noch? Die gab es öfter in den Fallen. Das ist auch cool. Steh nicht blöd rum Bulle, sondern fahr heim. Genau. Du sagst das, Junge. Fahr heute, Fahr heute, Fahr heute. Ich glaube ich habe das Flugzeug gefunden. Okay. Andere Einsatz ist fertig. Ja, ich schicke meinen Notarzt hier hin, weil ich einen hier schon den roten Status habe. Ich mache es schon. Ich mache es schon. Die Würstchenbude ist ja cool. Der Imbissstand. Bei unseren Einsatzkräften. Joa. Wo ist denn das Flugzeug? Das habe ich hier gerade am Kran. Das lasse ich gerade runter. Hier unten. Ah, okay hast du so ein kleines. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen mehr erwartet, ja. Hallo? Hier unten liegt noch einer. Ruhig schon. Wenn du noch einen Notarzt hast. Juhu. Hader. Bus fährt in... Ach Mann, ey. Wie das hier auch immer wieder aussieht, dann. Oh, Bus fährt in Restaurant. Oh, wie es den Dings darunter gepfeffert hat hier. Den Donut. Ja, da hinten liegt er. Ach, da liegt noch einer. Ach so. Ach so. Höh. Höh. Super. Super. Wie geht es mit deinem Bus-Meets-Restaurant? Ich hole einen Kran, oder? Ja. Kannst du machen. Kranst du machen? Polizei für die Schaulustigen. Habe ich schon da? Dann könnte sie wieder abhauen, Polizei. Ich bin hier drin. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Gut. Ich brauche den Kran. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich hole mal den Donut da weg. Lecker. Ja. Ich bin bereit. 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 Ein Donutabsturz im Stadtpark. Was denn in dem Stadtpark alles los. Sag ich mal. Nein. Ich habe nur gesagt weil der Donut hier gerade drüber fliegt. Ach so. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Untertitelung im Auftrag des ZDF. oh man diese parkplätze immer die parkplatz situation ist ja echt beschissen ja Passt, ich mach schon fertig. Ich hole noch ein Abtransportfahrzeug. Hat wohl wer seine Pommes nicht schnell genug bekommen. Ja, ich glaub's auch. Das war's. Untertitelung aufgrund des ZDF-Gesuites Okay, ich komme zu dir. Jo. Okay, ich komme zu dir. Das war's für heute. aus dem falschen weg oh ja es sieht ein bisserl verkehrt aus kannst den bull noch abziehen übrigens vom fast food restaurant er ist ja noch gerade da in die schaulust wie ein paar schulden obwohl da nichts mehr ist er kann so auf sich da nichts anzugucken ja sich schwein hier gibt es wirklich nichts zu sehen die schwein hier ich bin hier ich bin hier ich bin hier ich bin hier die kreise der zahmer genug sollte passen der gehört mir glaube ich ja ich bin erster Mieser Nö, dann lass ich ihn dir Bitte, dann nimm ihn mit Lass ihn von der Trage Fallen so Das hör ich mir nicht an Ich lass ihn doch liegen, weil ich mach jetzt Feier Mein Kollege übernimmt das Der will ja immer MVP werden Oh, schon der letzte Auftritt Aber wenn du deine Sachen fallen lässt Kommt von der Statistik Hat drei Patienten fallen lassen Nimm mal denselben Aber meinst du, du kannst du deinen Anderen Sanitäter trollen, so indem du einfach Seine Trage umtrittst Hups Hä, lauf doch Dahin du Mongo Okay, jetzt bist du vorher da Da ist doch der andere Der kriegt ja die ganze Zeit keine Aufmerksamkeit Und jetzt schenke ich ihm welche Und dann willst du ihm auch mal Aufmerksamkeit schenken Das kommt ja nicht in die Tüte Da siehst du viel Aufmerksamkeit Okay, ich hol noch einen Richtungswagen Zweiten brauche ich auch noch Ja, zwei brauche ich noch Aber rein theoretisch Wenn du dieses Upgrade hast Dass der automatisch Wegfährt Dann Brauchst du nichts mehr machen Dann transportiert dir die automatisch In den Wagen Fährt weg Und kommt wieder Ja Schon ganz geil Aber ich wollte das machen Mit diesem Der Kettensäge Ein Ingenieur Der Feuerlöscher Kettensäge Und Doch irgendwas mit hat Aber was willst du denn damit verletzen Willst du ihn zersägen Oder was Ja Zersägen Oder in so eine Kiste packen Weil wo die Mörderpuppen Ja Die Mörderpuppen Ohne die Mörderhuppen Aber ich finde tatsächlich Die Einsätze recht abwechslungsreich Also schon sehr viel unterschiedliche Sachen dabei Ja Und ich mag das Level Design auch Und ich mag es Dass ich Jetzt einfach mal nur so Guck mal Wenn du Siehst du Von diesem Bus aus Da ist ja die Treppe Dahinter Ja Wenn du da rechts mal In dieses In dieses Haus guckst Da spiegelt sich das Blaulicht drin Treppe Blaulicht Ah ja Ne Da ist die Treppe Und dann Da sind nur die Spiegelungen Und so Mega geil Ach Geh'n okay laut Ich finde es besser Wenn es weniger Einsätze sind So 5 ist genau richtig Könnte dann halt Ausgedehnter sein Aber Ja Besser als wenn Drei Einsätze gleichzeitig sind Meinst du das nachher Auf extrem abgeht So bei Level 100 Aha Also drei Bomben gleichzeitig Mhm Wasser nachfüllen Tankler Scharzeug Das klingt doch super Oder erhöhte Effizienz Von Behandlung Zur Behandlung Von leicht verletzten Personen Ja Ich nehme Tankler Scharzeug Wasser nachfüllen Feuerwehr Temporär automatische Rettung von Personen Aus Gefahrenbereichen Hm Hm Automatik klingt immer gut MVP Natürlich Chaos kam nicht einmal Über 60% Wie Abwehr gegen Kenny Noch eins Na klar Level 40 27 wird mir jetzt empfohlen Ja mir wird 29 empfohlen Nietzsche